Ich ran! Ich ran! Ich ran! Und ich lade die an mit uns Taubteranen. Hier werde ich eine Gäude-Titan und werde ich Gott kennenlernen. Willkommen, lieber Freund. Willkommen zu dem Programm Ich ran. Danke schön, dass du von dir deine Radio eingeschaut hast. Und wenn du ein YouTuber bist, dann haben wir eine schöne Zeit. Ich habe von dir auch John und Clara Hildebrandt. Ich habe ihn für eine halbe Stunde kennengelernt, für eine Lieds- und Witzig-Weid. Ich würde mich freuen, dass du auf einmal eine Karte kannst. Wer hast du gesagt? Ich bin John Holbrandt. Ich bin hier aus Paraguay, in der Barchtol-Colony Abgewasse. wo ich auch gesehen habe. Ich habe meine Jugendjahre hier einfach toll gelebt. Und dann aber an zwei Tagen, aus 22 Jahren, wie ich allein stehe, dann habe ich sie in Kanada getragen. Okay. Und du bist Clara Hildebrandt. Ich bin Clara Hildebrandt. Ich bin Clara Hildebrandt. Ich bin mit meiner Auge in Kanada im April 1924. und da hauptlich meine Auge in Form. Und ohne vielen Tagen leide ich dann John und Can und saß und Tante befrieden wir uns. Okay. Sie hat von der öffentlichen Klein-Beste-Dollar über deinem Leben, über Clara Hildebrandt. Aber sie wird noch her auch nach uns sagen. Warum wird dein Leben von Clean-Up? Ich muss erstens sagen, dass ich sie dankbar habe. Ich habe gute Äldere gehabt. Die haben mich viel gerechnet. Ich habe, sie sagen, sehr viel gerechnet, dass die Äldere in ein christliches Heim abgewassen. Und wenn ich direkt denke, in meinem Leben, ich bin zehn Jahre alt, weil ich sage, Jesus annehmen würde, dass meine persönlichen Herren heilen. Ich habe erstens in der Schule viel gelehrt von Jesus. Meine Äldere haben mich beten gelehrt und besonders meine Mutter hat mich beten gelehrt von kleinen und jungen Jahren, dass ich beten habe. Und ich habe über die Lehrenheit, ich weiß noch nicht, worüber ich gerade gelandet habe, aber dass ich, Werner Heikelbach, habe ich Tracks gekriegt, wo ich viel verlehrt habe, wo man Jesus annehmen würde, und so weiter. Nachdem ich, als ich zehn Jahre alt nehme ich Jesus dann an, ich habe ein großes Gott vertraut in meine Schule, habe ich dann viel Gott gefragt, einfach, um mich zu helfen und meine Schule anbieten zu tun. Was passiert dann, Lothar, was passiert dann, eine kleine Stunde mit Ihnen, was passiert dann, Ja, was saß man nach Nordem, dann meine Mutter, wie dann krank wird, wie gesagt, Jesus auch nehme dein. Dann saß man nach und starf meine Mutter und kräfe. Und, die kleine Stunde, das vertraut von der Pirahmus, was mir nur dem sehr wichtig war, erst, wie ist der Pirahmus, wir, dann, wir, das Rehen, sei am Pirahmus, dass wir sehr dunkel, sehr dies, da war die große Rolle, die Zeit, von der Licht, und der Rommel, da blitzt ein Krach, in der Sache. Ja, weil wir Messer, es waren gerade in der Wald, ja, sie sagt, und ich habe manchmal nur den Neuen gedacht und sagen, wenn ihr weitergeht, das sind das, näherkommen in der Welt, durch Adam und einfach angehorsam sein, und dadurch sind die Krankheiten eingekommen, in Oswang gab dann wirklich ganz dicht an, und mit Zinsen zu sein, verhandelt, ja. Okay, okay. So, und, äh, was verdient das, was verdient das für die? Ja, wie er dann, bis Mutter dann begraut wird, dann das Rehen, hab und drauf, und dann fuhren wir in den Häus, wir wohnen da, so ungefähr ein, viertel Kilometer, auf, und, ich sage, von den Zeug, wo wir da grauhaft werden, und dann fängt das Sonntag unter Schiene, dann haben wir einfach ein Seier, Seier-Klorer-Rhenbauer, und dann wäre, würde ich sagen, von 700,000 Meter auf, vom Grauhaft, wo die Rehenbauer so Seier-Klorer raufgegen, ganz brab, wie er kann mit dem Seine, und der andere kann da wie dann Basch, und der Bein, hat er nicht so Seine. Für mich wäre das dann Seier-Klorer, hier wäre der Rehenbauer, der aufsteig, der einfach, das ist drei Rehenbauer, ein Seier-Klorer, die nächste nicht ganz klar und dann gerade dann. Für mich war es so, dass unsere Mutter, wir waren, aber Gott hat uns nicht verkehrt, Gott will uns nötig. Wo gingen deine Jugendjahre dann, Lothar? Bleibt das alles so schein? Wir haben 14 Jahre gingen in Rechelle. Nur mit meinen Jugendjahren habe ich mich sehr verlebt, dass ich sehr viele Dinge gemacht habe, wo ich einfach eine große Sünde begonnen habe. Wo ich dann über Lothar, mir war ein Dreifinger da. Und dort, ich hörte, wie red ich euch besser? Weil, als du 42 wirst, tragst du in Kanada? Ja. Was brauchst du dort, wenn du in Kanada wirst? Ich wollte was auch nicht versichern. Ich dachte, ich muss in Kanada versichern. Meine Eltern haben hier mal gewohnt. Ich habe ein paar Geschwister, die in Kanada wohnten. Wenn ich jetzt in Kanada wäre, dann fällt ich aber auch so, da wäre der ältere Munde nicht durch. Und wie wir auch, wie eine Zeug besagt, jeder sind auch da, ich weiß die Zeug. Die Predigt, die wäre mir sehr anregend. Und da wüsste ich auch, ich hörte mich. Verzindigte meine Jugend, ich muss dort auch mit Gott erst ins Thrasch stellen, und ich will mich auf Tauch verleten. Und wenn sie durch die Tauch in Kanada Ja. Dann, wenn ich auf die Tauch gekommen bin, ich wollte mich sicher, dass ich im Rechten wäre, dass ich meine Zinde bekannte habe, ich habe viel Zeit gespandt, und ich habe viel Zeit gespandt, und ich habe einfach gesagt, dass ich meine Zinde vergeben habe. Und ich weiß nur ganz genau, dass ich dann die Zinde vergeben habe. Und dann dachte ich immer, Gott koste mich wirklich alles vergeben. Und ich brachte die Zinde, was ich begonnen habe, ich dann die Beemnummer brachte, ich war an der Arm, und dann habe ich mich noch klar, dass Gott mir die Zinde alle vergeben hat. Und dann, wofür Lotta befriede ich die Zinde? Ich hatte das Heimel trinkt, ein paar Tage war ein Jahr und ein halb, und dann, auf der fünf Tage hatte ich, dachte ich, dann war er noch in Kanada. Und dann leiden wir uns Lotta, und ich leiden wir uns Zinde, und dann saß die Zinde, und ich befriede mich an Zinde, und habe einfach gesagt, ich würde gleich die Zinde einheben, Gott dankbar. Clara, wann ich die Frau kann, wofür wir in Familienleben haben? Wofür fangt die Zinde an? Ja, wir befrieden uns, und wir saßen dann im Juni, und dann am 18. und dann am 18. in Februar, wir haben das erste Dach der Geburt. Und dann kann ich jetzt, sie hat irgendwas besonderes, nicht so? Ja, also wir, bei 14 Jahren, dann kamen sie, sie hat ein Bleib gefangen im Bad, und sie würde die Mutter in das Hospital bringen, und sie hat ein Unfall gehabt, Ein Unfall. so dass wir sie im Winnipeg im Hospital für die VH. Ja, da war eine schwere Zeit für uns, dass wir, eigentlich in einem Hospital sei wie in einem anderen, so dass wir, ab und vorhin, wird kompliziert für mich dann, wir haben eine schwere Geburt gewasst, Mhm. So dass wir eine schwere Zeit, aber sie war dann besser, und wir dachten, wir haben scheinbar gesunde Tänze, sie müsste ja auch eine Madison-Sanne für anfallen. Mhm. Und, wir hielten dann ab, mit Madison-Jewen, und dann dachte sie, sie wäre ganz okay, aber als sie fünf Monate, sechs Monate alt wäre, dann kommen die Träge. Mhm. So, dann musste sie noch lange an Madison sein, Mhm. Und dann, ich weiß noch nicht, wo lange, aber dann dachte sie, sie wäre frei davon. Mhm. Und als, sie hätte sie, wenn sie fünf Jahre alt wären, dann glaubte sie, sie würde zu retten was zu sein. Dann ist sie im Kindergarten, und dann, wenn sie eine Schilding, dann kamen die wahre Träge. Dann hat sie wahre ein Anfall, und dann, habe ich die Jahre mit der Doktor, aber, ich weiß noch, wir hatten eine Friede, dass wir immer erbeten waren. Sehr schön, zu hören, so, wo Gott sind gelät, hat die Hände, aber noch meine Kinder zu tun? Ja, wir hatten feier, wir hatten erst zwei Dachstren, und dann zwei Jünger. Sehr schön. Äh, wir wurden nicht kennen, aber immer alles ganz detaillt, vertal, aber, irgendwann sei ich, irgendwann aus Diakonie gewählt, nicht so, wann er passiert hat. Wenn wir in 2005 haben, dann wurden wir als Diakonie gewählt, und dann, das nächste Jahr, 2005, dann wurden wir als Präger gewählt. Und dann, in 2004, dann wird eine Gemeinde, die wird da anfangen, die Haffnung für alle. Mhm. Dann wurde uns gefragt, um da, als leitender Präger zu arbeiten. Das sind meist alles plotische Menschen? Ja, die kennen alle plotische Menschen. Wir wissen nicht, die Andacht sind meist alle plotische. Mhm. Wir haben auch Engels, für die jüngeren Menschen, für die Jugendlichen, für die Sendagsschau. Aber wir haben Engels, wir haben auch Engels, und unsere Andacht, wenn wir die Predigt bringen. Okay. Aber das ist ein Grotendal, eine plotische Zeug, in Kanada. Das ist wie Steinbach. Ja, das ist wie Steinbach. Sehr schön. Und du bist jetzt von 2014, dann, Senior Pastor. Gemeindeleiter. 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 Ja. Welche Erfahrungen waren, als Gemeindeleiter, von dieser Zeug? Ja, wir sind ja, Gott hat gelehrt in die Feet, wir haben viele Gebete, über Gott, dass alle die Truppen zurückkommen lassen. Wir haben gerade ein Zeug, das Gebete, wo die Gemeinde, die erste, wo er unterwegs ist, und die eine wurde abgegeben. Und dann kamen wir alleine dort, die Schäpe, Gott hat uns errichtet, wo wir, am jetzlichen, glaube ich, gewassert haben, und mit anderen Dingen, mit Finanzen, und so, was hat Gott uns wirklich gesehen. Wir sind Gott dankbar dafür. Ja? Ich würde gleich ein klein bisschen zurückgehen, wenn meine Mutter starf, dann befrieden mein Dad sich frisch. Er hat das selten, so noch, und ich habe eine gute Mutter gelehrt, und ich habe Gott dankbar dafür, für die Mutter, weil er mein Leben ankommt. Und die sei hier nicht in Paraguay besieken? Die kommen wir nicht besieken, sie ist im Altenheim, und so, wir kommen ja besieken, und sagen, wir müssen heute sprechen. Wow. So scheint hier zu sein, wo die von Paraguay, in Kanada, in Ruhe kennen, nun wird vergeten, vergetenhaft, keine Grenzen, wo er alles tun kann. Vergeten, ich werde nicht mit den Mädchen, und ich wünsche, ich kann ihn in Kanada besieken, und vielleicht noch ein Jahr von Jün Tauhieras. Ja, und für sich, und für alle. So, Dallertalz, würde ich die Frau wollen, Klara, was kostet du, das ist vielleicht ein Tauhier, die, du hast vielleicht ein Tauhieras, was kostet du, das ein Tauhierasai? Ich würde immer sagen, erstens, beden, Gott vertrauen, beden, dass Gott die Gott wird leden, und vierden, zur richtigen Zeit, zur richtigen Zeit, was sie. Und, was ich wichtig finde, für Mutters, die junge Mädchen haben, aufzettet, für die, erstens für die beden, mit den Tauhbeden, und jungen Mädchen, eher immer alles, mitmerken, dass sie sich selbst etwas schützen sollen, und, dass sie sich frei halten, für die Eiche, und dort sei ja wichtig, dass sie sich frei halten, für die Eiche, weil Gott er dann sehen kann. Das erscheint hier, Klara. Was wünschst du, Herr John? Ja, ich würde auch sagen, ich würde merken, wir haben, Feierchener, die befriedigt sind, die sind alle, die dem Hören denken, die leben dem Hören, wir sind dankbar dafür, und ich würde mir auch frei bleiben, besonders als jungen, jungen Mann, und so wieder, ich danke wirklich, für die Höhle, von allen sexuellen Dingen, dort, die kannst du ganz, für die Eiche, Partnerhöhle, für Jesus leben, und Jesus annehmen, als persönlicher Herr, in der Hölle, wenn wir kosten, in jungen Jahren, wenn er noch nicht gedauert ist, aber von der, würde ich die sehr darüber, das von der auch, wie weit ich nicht auf ihm auch hier habe, so von der auch, Jesus annehmen, von der auch, und wieder mit Jesus leben. Manche aber sagen, dass Paulus schrieb das, er sagt, dass durch Gottes Sinnigenot siehe, was ich sehe, in Sinnigenot an mich, als nicht für Jesus. Amen. So scheinen dich hier, John und Clara Hildebrandt, scheinen dich gerne zu leeren, ab dieser Weg, und dort, alles was euch wünschen, möchte ich euch wünschen, halt euch an Jesus, bete noch an, freut noch an, segne uns in die Gnode, und das scheinen, euch hier, in dieser Spazierstum, nähen zu bringen, und ich hoffe, die Hand wird von euch geliefert, oder die Hand, möglich zu kriegen, Jesus wieder in Notenfalle. Ich möchte dich gerne sehen, und bitte nächste Mal. Ciao, ciao. Dankeschön, dass du von dir auch dabei wirst. Wenn du Frauen hast, wo du mitteilen wirst, oder ein Zeugnis hier wirst, dann schrieg uns im Whatsapp nur meierteken 591 7788 feierfeier 79 oder schrieg uns im Facebook oder in E-Mail nur ekran at gmail.com